Stolze Väter brachten Feuer weg mit nach Hause, alle Böller-Kids nahm ein Feuerzeug mit nach draußen. Immer wieder sah man wie Raketen aufstiegen und Mütter, die Nachschub in den Läden auftrieben. Damals waren Knaller wichtiger als Computerspiele. Jetzt für euch den Test, die Sky Shots vom Lidl, perfekte Bombenrohre, ich glaube 2,99 Euro haben die gekostet, oder 3,99 Euro, mega schöne Bombenrohre vom Lidl. So, Bombenrohre sind bereit, die ersten mache ich einzeln und dann zwei Stück zusammen. So, Bombenrohre sind bereit. So, Bombenrohre sind bereit.